Die technische Weiterentwicklung ist wichtig für unsere Arbeit und den Service am Kunden. Dennoch war uns eine umfassende Raumgestaltung wichtig. Die Raumagentur aus Offenbach hat großartige Arbeit geleistet und so ist ein modernes, attraktives und kundenorientiertes Großraumbüro entstanden. Angefangen bei unserer beliebten Wand gegenüber der Informationstheke im Eingangsbereich bis hin zu den farblich abgesetzten Wartebereichen in blau und in orange und weiter zu dem Herzen des Servicebereichs mit den kleinen Warteinseln und einem Bäumchen in der Mitte. Nicht zu vergessen unsere 6 Meter lange Mooswand. Unsere Servicearbeitsplätze wurden sonderangefertigt und den speziellen Anforderungen von Beraterarbeitsplätzen und den räumlichen Gegebenheiten angepasst. Wichtig war uns insbesondere eine gute Orientierung für Kunden, die wir durch den Farbwechsel im Boden, den schön gestalteten Leuchtbildern zu den einzelnen Gängen und den abgehängten Paneelen mit den Nummern der Beraterplätzen geschaffen haben. Ich hoffe, euch hat meine kleine Führung durch die neuen Räumlichkeiten des Hanau Bürgerservice hier im CityCenter gefallen. Mein Team und ich freuen uns darauf, euch ab dem 27.10. persönlich hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine angenehme Zeit und bleibt gesund!